Exit-Monster, eine der interessantesten Kartengruppen in ganz Yu-Gi-Oh! Und heute gucken wir uns einmal die besten 5 an, die ihr spielen könnt, wenn ihr die Karten spielen wollt. Oder die 5 Karten, die euch am meisten den Tag versorgen können, wenn ihr dagegen spielt. Let's go! Wir haben einmal Karten, die Millenkarten, wir negieren was, wir können was zerstören, wenn wir wollen. Wir können Angriff umleiten, wir können Karten vom Gegner aus dem Friedhof weghauen. All das ist möglich mit den 5 Besten. Und ich werde euch auch ein paar lobenswerte Erwähnungen mit ins Video packen. Wir definieren aber ganz kurz, was heißt generisches Rang 8 Exit-Monster. 2 Level 8 Monster, also ohne Attribut, ohne Namen, ohne Arc-Tab, ohne irgendeine Restriktion. Das ist für mich generisch. Es kann auch sein, dass da 2 Plus Level 8 Monster steht oder 3 Level 8 Monster, das ist erstmal vollkommen egal. Es geht darum, dass wir irgendwelche Level 8 Monster aufs Feld klatschen können und dann können wir das Ding bauen. Sind wir alles jetzt? Let's go! Sprechen wir über die besten Exit-Monster vom Rang 8, die ihr spielen könnt oder gegen die ihr spielen werdet. The Zombie Vampire. Ein Rang 8 Monster, was 2 Plus Level 8 Monster braucht. Super generisch. Erstmal ist das super creepy. Mal guckt euch an. Das ist eine interessante Karte, denn die ist sogar noch ein bisschen generischer als die anderen Karten drauf. Aber es ist trotzdem nur Platz Nummer 5. Einfach, weil die Karte vom Effekt her gut sein kann, aber nicht so krass ist. Warum ist die generischer? Ihr könnt auch ein anderes Monster von euch benutzen, was kein Level 8 ist, solange das vom Gegner geklaut wurde. Dann können wir das quasi als Level 8 Monster behandeln. Diese Karte, warum auch immer, kann nicht von Spezialbeschworenen Monstern als Ziel gewählt werden, außer wenn die vom Friedhof beschworen wurden. Okay, nehmen wir also mit. Ihr habt die Möglichkeit, einmal pro Spielzug ein Material abzuhängen. Zu sagen, jup, hauen wir raus. Dann millen wir vier Karten vom gegnerischen Deck und von unserem Deck. Jetzt denkt ihr, wow, krass. Der coole Part kommt aber noch. Denn wenn in diesen Karten ein Monster dabei ist, die sagen, jup, das will ich gerne haben. Dann können wir das auf unsere Seite speziell beschwören. Und der Effekt ist nicht annulliert. Das heißt, im richtigen Deck haben wir ein Monster, was nicht gewählt werden kann, was wir relativ easy beschwören können. Was uns Karten in den Friedhof schickt, den Gegner Karten in den Friedhof schickt, was ihnen wahrscheinlich nerven wird oder könnte. Und wir kriegen vielleicht noch ein Monster. Das sind fünf Sachen, die echt nicht so wert sind. Und wir dürfen nicht vergessen, das Ding hat 3000 ATK. Das ist also auch gar nicht so schwach und das ist ein Dark Zombie Monster. Damit könnt ihr super viele Sachen machen. Platz Nummer 4. Coach King Giant Trainer. Ich weiß, eine Karte, die ihr super lange nicht mehr gesehen habt. Aber wenn wir uns erstmal angucken, was die Karte tut, verstehen wir erstmal, wie absurd die Karte ist. Erstmal, das Bild ist halt totes, fand ich. Man guckt euch an. Der hat einen Baseballschläger, der hat so einen komischen Schlagstock. Noch ein paar andere Schlagstöcher hinten dran. Also der ist halt voll ausgerüstet. Der erinnert mich ein bisschen an einen Typen aus Teenage Mutant Ninja Turtles. Das ist ein komischen Typ mit der Hockeymaske, der auch mal so Schlagstock dabei hatte. Fragt mich nicht, warum aber daran erinnert mich ein bisschen. Der ist relativ schwierig zu rufen. Der braucht nämlich drei Level 8 Monster. Und wenn wir den Effekt von dieser Karte benutzen, können wir diese Runde keine Battle Phase durchführen. Ja, aber warum bist du denn dann auf Platz 4? Der ist doch eigentlich voll Kacke. Nein. Wir können ein Material abhängen. Und dann können wir eine Karte ziehen. Und wenn das ein Monster ist, zeigen wir dir vor, der Gegner bekommt 800 Punkte Schaden. Wisst ihr, was das Geile bei diesem Effekt ist? Wir dürfen die Karte behalten. Das ist noch farb. Das ist kein On-Spur-Turn-Effekt. Das Ding hat drei Materialien. Das heißt, wenn wir drei Level 8 Monster aufs Feld bekommen, können wir im ersten Spielzug mit diesem Ding drei neue Karten ziehen. Und das ist unglaublich gut, dass ihr drei Level 8 Monster dafür braucht. Die ist natürlich schon ein bisschen krass. Aber mit den neuen Horus-Karten sind drei Level 8 Monster nicht so schwierig. Deshalb ist die Karte auch echt gut. Und die ist im Preis auch ganz schön nach oben gestiegen. Denn ich habe, glaube ich, gesehen, sogar die Kammel kostet mittlerweile 5 Euro. Fragt mich nicht warum. Ist definitiv eins der besten Xing-Monster. Die ist logischerweise nur gut, wenn ihr first geht. Wenn ihr second geht, ist sie komplett nutzlos. Es sei denn, ihr spielt irgendeine Variante von Xing-Varianten, die, by the way, aber kein Level 8 Fügemonster haben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, lasst mir unglaublich gerne mal ein Like dafür das Video. Denn so Listen selber sind nicht super schwierig. Aber es gibt so viele Karten, über die ich reden wollte. Und ich habe versucht, das Video so kurz und knackig wie möglich zu halten, damit ihr nicht Stunden da sitzt und euch mal ein Gelaber anhören müsst. Platz Nummer 3 geht einmal an. Number 90, Galaxy Eyes Photon Lord. Ein richtig krasser Name. Und diese Karte hat extrem viele Effekte. Sehr viel Text, steht viel drauf. Das Einzige, was für uns wichtig ist, ist der Effekt, wenn wir den nicht in Photon spielen. Oder nicht in Galaxy Eyes. Wenn wir den da spielen, ist natürlich die Karte nochmal ein bisschen krasser. Aber uns geht spezifisch darum, was die Karte tun kann, wenn wir die im Deck spielen, was nicht Photon ist. Denn die Karte, super generisch, 2 der Lachmonster. Könnt ihr also easy aufs Feld klatschen. Die hat übrigens 3000 Verteidigungen, ist also extrem stark in der Defensive. Und die ist einfach nur ein Quick-Effekt Monster-Nagate. Bedeutet, euer Gegner aktiviert Monster-Effekt. Ihr sagt, nö. Und ihr habt einen Monster mit 3000 Death-Buddy. Das klingt jetzt nicht so krass beeindruckend. Ist aber für eine Karte, die wir im Endport generisch hinlegen können, immer eine solide Option. Denn hey, es ist ein Monster-Nagate mit einem 3000 Death-Buddy. Eine Sache, die ganz wichtig ist. Es gibt ja eine neue Karte. Das ist einmal das Ding hier. Es hat ja die Fähigkeit, dass keine Effekte aktiviert werden können von Monster mit 3000 ATK oder mehr. Dating hat nur 2500, hat aber 3000 Death, das heißt, es überlebt den Angriff. Und kann den Monster-Effekt annonieren. Und das ist wirklich gut. Gehen wir weiter zum nächsten Karten-Text. Dieser Name, ich liebe ihn. Nummer 2 geht einmal an die Karte. Nummer 38, Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy. Ja, diese Karte ist ein generisches Monster. Logischerweise wie alle anderen auch. Ihr braucht dafür 2 Level 8 Monster. Also super easy zu machen. Diese Karte hat einen Monster-Per-Turn-Effekt. Einmal pro Spiel so, könnt ihr eine Zauber-and-Fallen-Karte vom Gegner annulieren. Oder auch Effekte. Richtig geil. Sollst du es tust, kannst du die als Material anhängen. Was ist offensichtlich ziemlich nice. Ich meine, nimmt der Bonus mal drauf. Extra Material sammeln. Ist vielleicht für Karten wie Toys gar nicht so verkehrt, so extra Material zu sammeln. Ist das eine sehr coole Karte. Was aber das Wichtigste bei dieser Karte ist, dieser Effekt ist zwar ein Monster-Per-Turn-Effekt. Allerdings, wenn ihr 2 Hopes auf dem Feld habt, könnt ihr mit jeder Kopie eine Spell-Trip annulieren. Ist das auch eine Karte, die könnt ihr auch 2-mal aufs Endboard legen. Das ist eine gute Karte. Aber jetzt kommen diese kleinen Secret-Effekte, diese Sachen, die sich ein bisschen im Hintergrund verstecken, die eigentlich nicht auf aufkommen. Aber wenn sie aufkommen, sie euch richtig nerven. Denn die Karte kann Angriffe umleiten. Ihr fragt euch jetzt, okay, haben die gehört. Wie das funktioniert, ist relativ einfach. Wenn ihr angreifen möchtet, könnt ihr Controller von Hoppe sagen, ah, ich hänge mein Material ab und ich leite den Angriff einfach in ein Monster um, was ich möchte. Das Witzige dabei ist, dieser Effekt ist nicht einmal pro Spielzug. Und wenn ihr die beschwert, habt ihr 2 Materialien und wenn ihr eine Zauber- und Feindkarte annuliert, habt ihr 3 Materialien. Das heißt, wir können 3 Angriffe umleiten in diese solche Karte. Oder in eine andere Karte, wo ihr ihn wollt. Wenn ihr jetzt denkt, das war der Geheimeffekt, den alle mal vergessen, stimmt das. Die hat aber noch einen 2. Geheimeffekt. Das wissen auch super viele nicht. Denn, wenn ein Exe-Monster auf dem Feld zerstört fehlt, Kampf- oder Karteffekt, vollkommen egal. Können wir ein Exe-Monster von uns wählen, was wir kontrollieren. Und das bekommt dann die Angriffspunkte von dem zerstörten Monster dazu. Das geht natürlich wieder zurück in den 2. Effekt, wo der die Angriffe umleiten kann, was natürlich extrem insane ist. Das heißt, wir können da eine Menge Damage für ausdrücken. Nachdem wir uns jetzt einmal Hope Harbinger angeguckt haben, eine Karte, die ich persönlich sehr, sehr cool finde. Weil Spirit-Ripnicate, okay, generisch cool, aber das Angriffe umleiten ist halt super witzig. Dann kommen wir uns jetzt einmal ein paar lobenswerte Erwähnungen an von Karten, die es nicht auf der 1 geschafft haben. Die ich aber nochmal erwähnen möchte, weil im Kontext die an sich nicht schlechte Karten sind, die einfach nicht gut genug waren für die Top 5. Dazu zählt einmal Draclubion, der kann einen OTK ernebeln, ziemlich krasse Karte. Eine neue Karte, die wir bald sehen, Garonix Eternity. Die Karte zerstört alle Monster auf dem Feld, außer sich selbst, wenn die beschworen wird. Klingt krass, ist aber für, wenn ihr Second geht, wenn ihr nur was macht, ja, ist okay, aber dann kann man auch Zeus machen, der macht halt ein bisschen mehr, ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Wenn man einmal Clartis, der kann theoretisch jede Zauberkarte im Game suchen mit so ein paar Schnelligens, ist interessant, nicht so krass, aber ist theoretisch halt auch generisch. Dann haben wir Teardrop, die Richterkönigin, die Karte kann Karte wählen und die tributieren, ziemlich cool. Belgrant kann eine Karte wählen und den Effekt annullieren, auch ziemlich cool. Dann haben wir einmal die beiden Monster hier, die auf verschiedenen Wegen Karten vom Gegner irgendwie vom Feld entfernen können, durch Zerstörung. Ein paar andere Schnelligens, die drin sind. Die Gimmickpuppe kann er so wenigstens zweimal machen, auch eben jetzt ziemlich weird. Und auch Alsai kann Karten vom Feld entfernen oder euch Karten geben, das ist eigentlich ziemlich cool. Also ihr könnt entweder oder machen, also es hängt ein bisschen ab, was ihr halt auf dem Video pflegt. Aber die haben halt auch eine Karte, das kann auch manchmal ziemlich hilfreich sein. Und dann eine Karte, die vielleicht für euer Endport nicht super relevant ist, aber sein kann, ist halt Zagas. Der kann euch regellos suchen, dass es nicht geht. Und er kann, wenn was abgehandelt wird, auch noch eine Karte vom Feld schießen, das kann theoretisch auch mal aufkommen. Dann haben wir noch einmal Ding Girsu, eines meiner persönlichen Lieblingsrang-8-Monster. Was aber am Ende des Tages eine Karte senden kann und protecten kann. Und eine Karte, die ich noch erwähnen möchte, weil es natürlich in einem Mirror Match, wenn ihr halt gegen hoch spielt, extrem cool sein kann. Das ist einmal Sky Prison, Nummer 68, weil die halt verhindert, dass aus dem Friedhof Monster spezialisch wollen werden. Und nach all denen denkt ihr euch jetzt, ja welche Karte kann denn krasser sein, als die, die wir jetzt alle schon gesehen haben? Ihr wisst es vielleicht nicht, aber es ist eine Karte, die noch nicht draußen ist. Die kommt aber im Januar. Deshalb wollte ich sie hier als Topspot noch mal erwähnen, weil die Karte so unglaublich viele Dinge tun kann, die meiner Meinung nach das zum besten Rang-8-Monster machen, vor allem im Zuge zu dem, was halt kommen wird. Und die Rede ist einmal von Number One, Infection Busking. Die Karte ist erstmal weird, die heißt Busking und es ist ein Unterweckler-Monster mit einem Bild von einem Insekt drauf. Ein ganz weirdes Bild auf jeden Fall. Allerdings, der Effekt dieser Karte, oh mein Gott, die macht viele Dinge. Die gehen wir mal ganz kurz durch. Das Ding ist übrigens generisch baubar mit zwei Level-8-Monster. Halte das einmal im Hinterkopf, dass das generisch baubar ist. Dann haben wir einmal die Möglichkeit, in eurer Stein-Buy-Face Material vom generischen Friedhof an die Karte anziehen. Wichtig dabei ist, ist nur eurer Stein-Buy-Face, nicht in jeder, sondern wirklich nur eurer. Die ist übrigens nicht Hartfonds-Bütteln. Das heißt, dieser Effekt, den könnt ihr drauf machen, wie viele Dinge ihr auf dem Feld habt. Ist ein Hartfonds-Bütteln, aber wenn ihr mehrere davon habt, könnt ihr auch mehrere davon. Ist jetzt nicht der Effekt, der jetzt die Karte krass macht. Man ist halt immer so on top drauf und sagt, okay, jetzt ist die Kirsche auf der Saarland-Torte. Dann sagen, okay, jetzt haben wir schön Kuchen gebacken und die schmeißen wir noch drauf. Ist ein Schmuckstück. Was die Karte cool macht, ist, wenn die Karte als Exil-Beschwörung beschworen wird, dürfen wir uns einmal das Extra-Deck vom Gegner angucken. Jetzt sagt ihr, huh, ist schon mal nicht schlecht, wir kriegen Informationen. Dann können wir noch eine Karte davon auf den Friedhof legen. Das heißt, wir wissen, was der Gegner spielt, können gegebenenfalls eine Key-Karte auf den Friedhof legen, um unser Endport gegebenenfalls gegen das Deck zu rüsten, gegen das wir spielen, und vielleicht das Out, was unser Endport outen könnte, rauszunehmen. Jetzt denkt ihr, huh, das habe ich schon mal gesehen, das war doch mal so eine Karte, die ist auf der Bandlist. War nicht so lang, sieben Monster. Ja, fast genauso, nur nicht ganz so krass. Und dann hat die Karte noch einen anderen Effekt. Der ist jetzt nicht super relevant, aber der ist halt ganz cool für Time-Szenarien und für andere Dinge, wenn wir einfach ein bisschen was disrupten möchten. Und das ist aber die Fähigkeit, das ist ein Ignition-Effekt, das heißt, ihr könnt ihr selber auswiesen, ein Zünd-Effekt, wie wir ihn auf Deutsch nennen. Ihr könnt eine Karte vom Gegner wählen und die zerstören. Wenn das ein Monster ist, bekommt der Gegner Schaden in Höhe der Hälfte der Angstpunkte. Das ist ein Effekt, der ist ziemlich cool. Das ist zum Glück kein Schnell-Effekt, das ist wirklich ein Zünd-Effekt, also ihr müsst ihr selber auslösen. Aber das ist auch nochmal so dieser On-Top-Effekt. Denn die Variante, dass wir, wenn die beschwören, eine Karte vom generischen Extra-Deck aus dem Video fliegen können, ein cooler Effekt. Das ist der Effekt, der so ein Gain bei der Karte ist. Was wichtig ist, dieser Effekt ist auch nicht konsporteur. Das heißt, wenn wir das mehrmals machen, können wir mehrere Karten rausnehmen, wenn wir das halt brauchen. Kommen wir nicht so oft vor, aber das wäre auf jeden Fall möglich. Und der Effekt mit der zerstören der Karte-Burnen ist echt ziemlich cool. Und der andere Effekt ist nochmal On-Top-Oben drauf. Für mich die beste Rang-8-Karte, die ihr spielen könnt. Ich finde, die gehört in jedes euer X-Hack rein, wenn ihr quasi die Karte spielt. Weil ihr einfach direkt in Game 1 wisst, gegen was ihr spielt. Und das ist, wenn ihr einen Endport bauen könnt, mit verschiedenen Rang-8-Monster und verschiedenen Engines in eurem Deck, extrem hilfreich, weil ihr dann wisst, was ihr hier nachfort. Und das sind sie, alle 5 Rang-8-Monster, die meiner Meinung nach jeder koncilern sollte zu spielen, wenn ihr ein Deck habt, was Rang-8 bauen kann. Und vor denen ihr Angst haben solltet, wenn ihr gegen diese 6 spielt. Jetzt haben wir viele über Karten gesprochen, die extrem gut sind. Wenn ihr wissen, was über Powercreep wissen möchtet, guckt euch mal dieses Video an. Da habe ich auf ein Video reagiert von Julian, der über Powercreep gesprochen hat. Bitte neue Händen, die wir jetzt bekommen. Und da werden auch die Hohes-Karten angesprochen, die ich in diesem Video erwähnt habe.